Es sieht nicht gut aus aktuell im UFC Middleweight, wenn wir über Hamza Schmav sprechen. Und damit herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Ja Leute, es sieht irgendwie ganz danach aus, als ob wir Paolo Costa vs. Jared Cannon hier sehen. Ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig die Quellen sind. Das sind teils Leute, die man kennt. Das sind teils typische Instagram-Kanäle, die das posten. Aber Paolo Costa vs. Jared Cannon hier. Ich habe da mal UFC 301 gelesen, dann UFC 303. Paolo Costa sagt jetzt, er wird im Juni kämpfen. Also er gibt UFC 303 natürlich total Sinn. Und wenn das wirklich ein Fight gegen Cannon hier wird, dann sieht das gar nicht gut aus für Hamza Schmaev. Denn ich hätte eigentlich erwartet, dass wir als nächstes Costa vs. Schmaev sehen werden. Costa hat gekämpft, Costa sah gut aus, hat zwar verloren gegen Robert Whittaker, aber er sah nicht schlecht aus. Auf der anderen Seite ist der Fight dann halt gegen Hamza Schmaev ausgefallen. Und gleichzeitig haben wir noch das Titel geschehen. Denn man könnte jetzt natürlich sagen, ja gut, Hamza Schmaev bekommt gar nicht den Fight gegen Paolo Costa, weil er um den Titel kämpft. Ich glaube, das wird auch nicht passieren. Die UFC ist gar nicht scharf drauf, Sean Strickland einen Rematch zu geben gegen Duplessis. Deshalb können wir mal davon ausgehen, dass Strickland keinen Rematch bekommt. Stattdessen sehen wir ziemlich sicher Adesanya gegen Duplessis. Und das hat vor allem einen Grund oder es gibt einen Fakt, der meine These bestätigt. Und das ist der Hintergrund, dass Adesanya das Main Event für UFC 300 angeboten bekommen hat. Adesanya bekam den Titelkampf angeboten, hat ihn angenommen und Duplessis hat abgelehnt. Plus diese Vorgeschichte und so weiter und so fort. Also wir können uns eigentlich sicher sein, Adesanya vs. Duplessis ist der nächste Titelkampf im UFC Middleweight. Was genau macht denn jetzt Hamza Schmaev? Wenn wir wirklich davon ausgehen, dass wirklich Canon hier gegen Costa stattfindet, dann bleibt Schmaev ja komplett außen vor. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da dran ist, dass er angeblich Visa-Probleme hat. Das ist so eine Sache, die liest man die ganze Zeit. Schmaev darf nicht in den USA kämpfen und kann nicht und blabla. Ich persönlich weiß es nicht. Also ich habe jetzt noch nicht die vertrauenswürdigste Quelle gefunden, die das gepostet hat. Kann aber natürlich sein, dass das stimmt. Ja, kann sein, dass das eine Ursache hat. Wobei, der hat doch vor nicht allzu langer Zeit, hat er ja in den USA gekämpft. Damals gegen Kevin Holland. Ja, sein vorletzter Fight war doch in den USA. Das war doch das Main Event oder hätte das Main Event werden sollen von Schmaev und Dias. Das war in Las Vegas. Aber das ist auch wieder so verrückt, dass Hamza das vorletzter Fight halt auch wirklich vorletztes Jahr war. Aber wenn wir uns mal überlegen, dieses Jahr sind es vier Jahre, seitdem er sein UFC-Debüt gegeben hat. In vier Monaten. In vier Monaten sind es vier Jahre. Und er ist aktuell nur auf der Nummer 11 gerankt. Das ist verrückt, oder? Und ich hoffe, dass die UFC meinen Titelkampf besorgen kann. Denn, ey, hättest du vor vier Jahren gesagt, Leute, Hamza ist in vier Jahren nicht mal ein Top-10-Fighter. Was halt, es wird jetzt einige aufregen. Ja, aber ist halt ein Fakt. Leute, geht halt einfach in die UFC-Rankings. Und dann seht ihr, dass Hamza auf der Nummer 11 sitzt. Das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Und jetzt sehen wir Costa vs. Cannon hier. Und dann ist der nächste Titel-Fight Adesanya vs. Duplessis. Was machen wir mit Hamza? Bekommt er vielleicht Robert Whittaker? Bekommt er vielleicht Sean Strickland? Die Match-Ups wären ja da, aber man hört leider nichts über ihn. Ich würde mir wünschen, dass er bald kämpft, ja. Denn je mehr Monate vergehen, desto eher enden wir mit einem Hamza-Fight im Jahr. Und das ist doch langweilig. Ich will zwei Fights von ihm sehen. Ich will zwei Fights von Mahatschaf sehen. Mindestens zwei, ja. Mann, Hamza hat mal zwei Fights innerhalb von zehn Tagen gemacht. Jetzt hat er in den letzten zwei Jahren nur drei Fights gemacht. Schreibe mir eure Meinung unten rein. Ich hoffe, das klärt sich. Ich bin aber auf eure Meinung gespannt. Schreibt es unten rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und damit bis zum nächsten Mal.